ja, stark, schöne Rute Anfängerfehler, ne? Ja, Kaiserwetter Achtung Das ist jetzt so gut, dass da hinten alles ist Das ist jetzt schon mal gut Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch. Ja, aber jetzt hoch. Ja, aber jetzt hoch, da wo deine rechte Hand ist. Ja, aber jetzt hoch. Ja, aber jetzt hoch. Ich hab da in den Schnee gefasst. Das schwarze Zeug ist super klebrig. Okay. Ja. Hier an der Kante, das ist ganz schön brüchig. Ja. Ja, aber das ist genau eine Falllinie da. Ja, für die, die nach uns kommen. Ja. Das sieht doch so aus, als ob der oberen Stolzmann. Ja, nicht drum hoch. Ich glaub, die anderen sind linker Hand hoch über das Band, aber... Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, das sieht gut aus. Schön gestuft. Ja, das sieht gut aus. 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 Halle Bomber Germany. Killet Felix by Headshot. Pfff. Träum weiter. Hä? Träum weiter. Ich würd sagen, wir weiter. Ja. Guck mal oben an der Kante, siehst du den? Ja. Dräum weiter. Zähl. Ja. Neue. Ja. Neue. Ja. Je neue. Ja. Ja. ready? yes ah super ich bin froh, dass ich kann oh, fuck man man ich bin froh ich bin froh und wo wir haben wir unten wie Was ist das für heute? ja, stark, schöne Route das ist doch drückend, geschafft echt? ok cool o, ist das ist eher eine stolper Falle, der Draht, gell? oh das ist jetzt so ein Video hier, das zeige ich meiner Mutter besser nicht die Hute, oder? die Stelle hier gerade naja, wenns da so runter geht ja, mei, aber das für ein Ausgang zeigt ja das Ding ist Fettlopper, hier, pass auf das da oh, ja, ich sehe es ja, ich sehe es